hi freunde und willkommen zu einem neuen star wars battlefront 2 video hier auf meinem kanal wir spielen ein bisschen gefecht es gibt neue informationen es ist das kampfpunkt event für fahrzeuge anakin skywalker nähert sich anakin macht mit seinem lichtschwert 70 prozent schaden bei hellen und 100 prozent schaden bei trubblern anakin hat eine lebensenergie von 850 und bei schaden eine regeneration von 350 auf die bisherige demnach wird anakin skywalker 40.000 kosten normales kind schätze ich 10 bis 15.000 demnach 10 bis 15.000 epische skins schätze ich mal 50 bis 60.000 also so ordentlich wie ein zudem blende ich euch noch die ganzen star cards informationen ein und die voice lines dann an seine fähigkeiten es wird auf jeden fall ein epischer februar so viel sei garantiert blöder hund alter scheiß huren so ich bin schon viel zu lang aus dem spiel draußen ja ich gebe zu ich habe kingdom hearts 3 gesucht in letzter zeit will das gute spiel noch mal bringen Ultima schwert habe ich schon in demnach ja kommen dann auch bald die ganzen let's plays von 1.5 bis 3 auf meinem kanal bin ein riesen fan dieser reihe wo ist der hin ey das kann es doch echt nicht wahr sein immer holen diese scheiß huren söhne ein von hinten man sorry für den ausdruck aber das ist die wahrheit es geht mir tierisch auf den pisser ey so ne missgeburt man kann hier echt kein vernünftiges gameplay hier spielen ne das ist so ein riesen abfuck das ist nicht mehr lustig hab ich dich blöder hund alter was hat mir das jetzt gebracht jeden haben wir äh mann so scheiß wichser von hinten sehr schön die saß ey du kacklöffel alter wie soll ich denn hier mal vernünftig arbeiten alter wenn hier nur so ne wichser online sind kommt doch kein vernünftiges gameplay zustande bei so einem hässlichen lobbies ey oh hier hier quantitat hier 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 Wir müssen die Klonsoldaten und Rass eliminieren. Ja, Mann. Das war es mir jetzt wert. Ey, ist egal welchen Modus du spielst. Galaktische Muschi oder galaktischer Angriff oder Gefecht oder halt Angriff. Alter, bringt gar nichts. Alter, überall hast du so Dullis, die dich von hinten holen. Also vom Vorderen sowieso nichts geschissen kriegen. Naja gut, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Über eure Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und ja, ihr seht auch, ich habe hier mal schlechte Tage. Also Kopf hoch, wird hoffentlich irgendwann mal wieder besser. Ja, es gibt halt Leute, die nicht wissen, wie man dieses Spiel spielt. Und dann somit andere Leute abfangen. An der Stelle bin ich raus und wir sehen uns wieder. Haut rein! Bis zum nächsten Mal.